So, da sind wir wieder. Diesmal auf Fjorde. Wir haben gerade schon abgesprochen, Azarkov darf sein Nest bauen, während ich mich auf E4-5 stelle. Ich meine, hofft nur, dass da etwas netterweise sich anbietet, mein Magazin zu fressen. Genau, das ist ja ideal mit dem Bulldog. Da hat er dann wie so ein Tiger-1, der vorbeifährt. Oh ja. Ich glaube, es kann nicht besser laufen. Ne. Bei einem 9er-Match mit 7ern drin, da finde ich es fast schon krass, dass der Bulldog in so ein Match rein kann, weil der jedem 7er einfach um Welten überlegen ist. Ja, der müsste eigentlich, also mein Gefühl für den Bulldog ist, der müsste eigentlich ein 8er sein. Bei dem Damage, den er macht, bei der Agilität und alles. Aber leider haben wir da bei 8 sind T49. Ja, 200 Lebenspunkte drauf und auf Tier 8 und ich war mit dem Arti sehr zufrieden. Ich bin jetzt leider schon offen von dem Tier 21 da hinten. Ja, so ein typischer Yolo-Scout, ich bin auch offen. Aber... Ah, die IS-8 hat natürlich das auch dem Braten gerochen. Die haben auch noch eine orange gegnerische Arti, das heißt, die wird wahrscheinlich gleich auf mich schießen und treffen. Mhm. Die IS-8 ist gerade ein bisschen unterbrochen bei mir hier. Gegen den T21. Die IS-8 ist nicht nochmal aufgegangen, aber mit Glück hat er die sich wieder verzogen. Also es scheint wieder weg zu sein, dann kann ich hier wenigstens noch stehen bleiben und gucken. Ja. So, ich lade jetzt mal nach. Das halten wir auch irgendwann mal von wegen, nur weil die Position gut ist und man nicht gesehen wurde, heißt es nicht, dass man das nicht hinterher nochmal probieren kann, wenn man wieder zu ist. Ja. Eichel kommt gerade wenig. Ich bleib aber erstmal bei meinen 8 Schüssen. Hier Eichel ist das meiste. Einen Jagdpanther, der fast aus meinem Bereich raus ist. Ich den ersten Schuss abgebe und er zurücksetzt. Und ich ihn voll zerlegen kann. Gut, jetzt sind auch einige andere gekommen, die mich dafür sehen, aber egal. Ich leite jetzt erstmal nach. Ich habe meine 850 Schaden am Jagdpanther gemacht. Geil. Und das war wirklich so dieses, okay, ich gebe einen Schuss ab, weil das wird knapp. Und er setzt zurück. Er hat voll zurückgehauen. War das schön. Ja, sowas ist immer ideal. Also dann nochmal, komm zu Papa, ja. Er hat sich wirklich zerlegen lassen. Das war ein Geschenk von ihm. Aber jetzt ist da leider auch ein T95 unterwegs. Das begeistert mich jetzt nicht so. Ja, der ist jetzt abgehauen, okay. Nein, da war mein Tiger 1. Schauen wir, du willst doch nochmal nach vorne. Ah, der ging voll durch ihre Panzerung. Hier durch die Mitte kommt keiner. Und oben, ganz oben ist ein KV-5. Der ist ja für mich dann auch schon schwierig. Aber ich probiere es jetzt mal. Jetzt zeigt er sich mal. Der C-32 ist in der Mitte. Ich werde hier jetzt mal runterfahren. Weil die drücken hier gerade unten sehr aggressiv. Also du könntest auch versuchen, in die Mitte rein anzugreifen. Ja, okay. Dann kann ich noch 7 Schuss. Unten sind sie schon fast durch. Aufgegangen. Das war ein Fehler, ja. Das war ein Fehler. Shit, da schießt noch ein Tiger auf mich. Wip, ständig T71. Shit. Ja, da habe ich mich dem T71 überlegen gefühlt. Das war dumm. Da warst du zu hungrig, ja. Ja, der Tiger hat 2-1 oder 2-mal auf mich geschossen. Ich dachte mir, T71, ich habe mehr Schüsse im Magazin. Das sollte ich schaffen. Aber wir haben ungefähr gleich 4 Lebenspunkte. Und wer seine Schüsse auch alle reinbekommt. Und ich habe am Anfang 1-2 verschossen. Dann ist das halt nicht so gut. Ich glaube, ich habe auch ziemlich recht niedrige Ergebnisse gehabt. Aber egal. Ich habe 1700 Schaden in der Zeit gemacht. Und hatte den Spaß mit dem Lebens mit dem Jagdpanther. Ist das in Ordnung? Hallo. Leider hat der... Ist es hier oben und wie ich es brauche? Also tatsächlich steht es S77 dafür, dass die unten komplett durchgedrückt haben. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Deswegen wollte ich da jetzt auch angreifen, weil ich da so vom Pushdown eher so aussehe, als hätten wir das jetzt gleich gewonnen. Wo ist denn der Jagdpanther hingefahren? Der ist da hinten weggefahren. Äh, ist der doof. Ich habe Glück gehabt jetzt, dass der KV-5 mich nicht getroffen hat. Bei einem Schuss hattest du ja locker ausgehalten. Ja, aber ich habe schon einen gefangen, weißt du. Habe ich denn irgendwie... Wenn wir uns einen kostbaren Lebenspunkt über was anderes machen. Genau, genau. Ein bisschen haushalten, ja. Jetzt nochmal den bekomme. Oh, der ist da hinten. Cool. Perfekt. Hoffen wir, dass er einen Tunnelblick auf die Arti hat und dich nicht mal bemerkt. Ja, jetzt ist es leider zu spät, aber gut. Er hat dich bemerkt, er guckt. Ja. Das ist das, was ich meine. Ja, du ziehst die mit zwei Schuss, ziehst die mit zwei Ketten. Ja, der Bulldog hat ja nicht den höchsten Durchschlag. Ja. Das rächt sich dann in solchen Momenten an der KV-5 doch schon. Aber er steht erstmal da und so hat der Reinmetall und Jagdpanther Zeit damit ins Spiel zu kommen. Genau. Ja, bei der Fahrt ist es schon ein bisschen schwieriger, aber wir kommen da nicht durch, ja. Ich habe da keine Penetration. Und vor allem der Arsch hat auch noch eine Stelle, wo er sehr gut gepatzert ist, dass man uns sehr genau treffen muss. Jetzt hat er schon Schiss, klar. Und einer noch? Nein, nein, ich habe ja keinen mehr. Das ist unpraktisch. Das ist jetzt unpraktisch. Ich hätte es so gerne, aber du. Aber du, ich habe ja Kollegen, die das machen. Das war doch tatsächlich eine ganz lustige Runde. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell der Bulldog da seinen Schaden raushaut. Das ist so übel. Ja, das ist wirklich unglaublich. Cool. 1700, cool. Kann mich auch nicht beschweren. Hm? Kann mich auch nicht beschweren, weil, wenn man bedenkt, die Runde ging 6,5 Minuten, ich habe nur 3,5 Minuten davon überlebt und ich bin 4th bester im Team. Das ist immer wieder so, what the fuck. Ich habe bei den Bulldogs so wenig Bedenken, aggressiv zu spielen, weil ich ja trotzdem, egal wie viel Blödsinn ich mache, ich nach so einer Runde trotzdem dick Punkte bekomme. Ja, ganz genau. Nehme ich. Genau, nehme ich mit, genau. Hallihallöchen Leute, ich grüße euch wieder bei den Scouting-Runden mit Asakoff zusammen. Hallo Scoutfunnel. Und diesmal mit einem absoluten Novum, denn wir sind heute live. Ja. Ja, man sieht uns hier beide im Bulldog und wir probieren uns einfach mal live ein paar schöne Combo-Runden mit dem aufzunehmen. Denn der Bulldog hat ja doch einiges noch Potenzial mit dem Autoloader. Genau, aber die Map hat halt so wenig Potenzial für die Spotter. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der LTDW da aufdeckt. Ich fahr mal hier so ein bisschen rüber. Oh, ich bin hinter dir. Oben ist der RU. Oh, das ist schon der erste, den wir da. Wir können das Haus vor dem ja mal auseinandernehmen. Ja, Lorraine im Hintergrund, pass auf. Der jetzt guckt gerade auf mich, der Centurion. Okay. Hat geschossen. Wir haben sie böse erwischt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. So, ich muss nachladen. Das war wirklich perfekt jetzt. Dass der jetzt sein Ammo-Reck kaputt gegangen ist. Ah, das sehe ich leider nicht. Ich habe, glaube ich, nur eine 2-Skill-Crew drauf. So, 10 Sekunden knapp, äh gut noch, dann bin ich wieder voll. Kommen wir mal da weg, weil der RU, der ist mit seiner Adi da. Der soll da ruhig, der soll da ruhig weiter bleiben und spotten. Dann, kommen wir mal hoch zu dem, den, wo da hochfahren. Das ist ja natürlich witzig. Ja, das sind nur Mediums, da würde ich sagen. Kann man mal reinfahren, sich 1, 2 rausholen. Ja. Oh Gott. Ich hatte einen Moment an Angst, dass man ein Panzer zur Seite gibt. Zum Glück funktioniert das in dem Spiel nicht. Ja, noch nicht. Das wollen sie auch irgendwann mal ändern, ja. Ich glaube, ich bin der Erste, der es schafft, beim Panzer durchfahren selbst auf den Kopf zu drehen. Ich würde sagen, wir fahren da hinten rein, oder? Ja. Wir können leider nicht ganz rein, weil die IS-3 da in der Ecke sitzt. E-50 hat geschossen? Ja. Sind da noch zu zweit für mich? Leider bin ich für den E-50 im One-Shot, wenn der hier kommt. Naja, bin ich jetzt auch tot, ja. Toll da reingefahren. Den T-44 da eigentlich noch rauszuhaben, aber diese Häuser sind so verwirrend, weil man in der Suh-Ansicht ist. Ne. Ja, mich hat er auch. Das Schöne am Bulldog ist, wir haben dann halt von kürzester Zeit 1.500 Schaden, also ich zumindest, gemacht. 1.200, ja. Ich habe auch 1.300 Schaden, ja. Das ist schon... Ich glaube, das war auch gut, dass wir da oben ein bisschen so kamikazemäßig da rein sind, weil die anderen, die jetzt da noch übrig sind, die IS-3 und die 54er, die haben jetzt ein bisschen Vorteil, ja. Ja, sie haben auf jeden Fall gut gedrückt, wobei sie lassen sich da jetzt auch schon wieder festsetzen gegenüber dem E-50, die IS-3. Ja, genau. Das ist jetzt, ja, sie verlieren, sie geben das Momentum weg, oder die Oberhand. Jetzt positionieren, wegfahren, jedenfalls. Aber raus, oder? Ja, ich würde sagen, da können wir, mein erster Ansatz, erster Anlauf, aber es war lustig und wir sehen uns dann gleich im nächsten Replay wieder, Leute. So, da sind wir wieder, äh, wieder im Bulldog, diesmal auf Charkov. Nach der Runde, gerade wo wir uns sind, wie vierter und fünfter oder sowas im Team, also man kann sich nicht beschweren, trotz nur so einem kurzen Auftritt. Der Bulldog ist da sehr, sehr belohnt, was Erfahrungspunkte angeht. Ja, ja. Ja, guck mal, was du da hinten auf den Platz fährst, also ich guck jetzt mal die Ringe, mal spotten. Soll ich mal einmal hinstellen, man könnte jetzt natürlich sagen, wir zwei Scouts können wir in den Kreis dort rein donnern, aber da bin ich eher vorsichtig, weil da kommen wir halt nicht mehr weg. Ja. Mein Ziel wäre eher, hier am Anfang aufdecken, genau, und dann in die Mitte abhauen und dort Ziele suchen, die man rausnehmen kann mit dem Auto. Ich meine, wir haben so 2.000, 3.000 Schaden in 18 Sekunden, damit können wir tendenziell alles hier rausnehmen, was wir finden. Hier hat mir der Emil leider vorbei, weil ich habe jetzt erst nachgeladen. Aber wir bleiben, warten wir noch ein bisschen, da kommen bestimmt noch einer oder zwei. Da fährt gerade auch noch was, da ist gerade ein Baum umgefallen, aber dann kriege ich von der Sichtweite nicht, der hat gut genug Tarnwerte. Auf die Lorraine kann ich nicht mitwirken, aber unsere Artie, sehr schön. Das dürften dann mal Simon und das Spotting für dich gewesen sein. Tatsächlich könnten wir jetzt eigentlich da durchdrücken und uns den Emil holen, weil da sind... Oh, da kommt noch ein Ferdinand, aber das war's dann an Zielen auch. Ich versuche, ob ich den Ferdinand erwische. 75. Nee, Tiger. Jetzt auf. Ich bin jetzt auch offen gewesen, aber bisher... Oh, die Lorraine ist weg? Nee. Ich halte mal in den Kreis rein und lade währenddessen nach, dann können wir davon versuchen, uns da was abzufruchstücken. Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal 18 Sekunden nachladen und dann können wir uns ja gleich Lorraine und Tiger versuchen zu holen. Gerade Lorraine ist jetzt nämlich runter. Ja, der kommt jetzt bis auf. Ja, ja, hast du noch Schüsse drin? Äh, ich bin jetzt fertig. Sehr gut, sehr gut. Ich brauche noch 5 Sekunden. Bleib du mal da so stehen und lock den mal an wahrscheinlich. Der wird jetzt bestimmt hier in deine Richtung kommen und wenn... Ah, ja, genau. Und jetzt auch. Haben wir. Wollen wir uns direkt den Tiger holen? Ja. Beachtung, fertig. Ja, ja, hab ich gesehen. Der guckt auch genau in unsere Richtung. Hat geschossen. Das hat weh getan. Er hat mich beim Tiger mal ein bisschen zurück. Uh, sehr schön. Wer auch immer da den Fähnchenreis genommen hat, das war perfekt. Ich glaube, es war unser Rheinmetall. Emil guckt. Shit. Ich bin schnell genug zurückgekommen. Oh, bist du dauernd? Oh, scheiße. Aber zwei Kills abgefrühstückt. Nom, 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 nom. Ah, die haben leider... Die haben leider wohl gerochen, dass wir da kommen. Schade. Ich hätte der E-Mail in eine andere Richtung guckt, wäre das ein bisschen schöner gewesen. Oder hätte ich ein bisschen mehr Geduld gehabt? Ja, ich glaube, der Ferdi hat viel gepinkt. Er wird sehr wahrscheinlich da viel gemacht haben. Ja, und ich war auch ein bisschen ungeduldig. Ich hätte da... ...der nicht auf den E-Mail direkt gucken sollen, wo der bleibt. Seite vom E-75. Nom, nom, nom. Das ist auch noch der AMX-100. Das ist halt eine Sache. Welchen Schuss hast du noch drin? Äh, ich hab jetzt noch, äh, sechs, äh, sieben. Ja, das sollte für den reichen Gärt noch 650 Lebenspunkte. Ja, aber... Oh, meine. Uh, Powerslide. Ja. Schade, das gibt jetzt nichts mehr. Ja, schade, ja. Aber dann können wir... ...diesmal ja einen Blick auf die... ...auf den Ergebnisbildschirm werfen. So, was haben wir denn da? Das sieht doch ganz nett aus. Ja, für mich ein bisschen bescheiden. Für dich doch eine schöne Runde. Schau mal. Ja, 1300. Äh, 900 Basiserfahrung. Ist okay. Von Ordnung. Ja, 1400 Damage. Leider recht wenig spotting, aber wenn man die am Anfang aufsteckt... Ja, wir springen dann mal wieder gleich in die nächste Runde. So, da sind wir wieder zu einem Anlauf. Diesmal auf Moor. Und tatsächlich haben wir da immer ein Gegnerplatoon, das ziemlich die gleiche Idee hatte wie wir. Zwei Bulldogs. Das konnte lustig werden. Ich habe auch noch 30 auch noch dabei. Das Problem ist, dass ich tatsächlich wenig gute Ideen habe, was ich mit einem Bulldog hier als Scout machen kann. Ich auch nicht. Also, äh... Ich fahre jetzt mal da hoch. Komm, lass uns mal da nach Anton 4 fahren. Und sehen, wer da rüberkommt. Ich fahre eher nach D4. Weil da... Ja, mach. Ich fahre D4. Das ist oftmals die Schlüsselposition, dass kein Medium dahin fahren darf. Hm? Und wir sind bis dahin geladen. Also warum nicht? So. Mal einen Blick hier rüber, aber da gehe ich nicht auf. Aber wir haben zwei gesagt. Ja, Panzer E100. Und schon aufgegangen. Super. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ich bin auch aufgegangen. Der Jagdpanzer dreht zu mir. Geht damit erstmal. Ja. Wenn du bei ihm einen Schlochst dreht, das ist ja. Mach genau das, was du willst, ja. Ich hätte halt gehofft, dass er weiterfährt, um ehrlich zu sein. Aber... Das ist in Ordnung. So kommt er erstmal nicht mit hier hin. Dann haben wir mal einen Franzosen zum Spielen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der gegen nicht durch. Ich habe den Jagdpanzer E100, den ich vergessen habe. Shit. Weiten verschlossen. Down. Ja. Ich habe den Jagdpanzer E100 vergessen, der da hinten wahrscheinlich immer noch in meine Richtung geguckt hat. Wie war es denn ein One-Shot, oder wie? Für den Jagdpanzer E100 bin ich immer ein One-Shot. Manchmal warst du ja auch magische Ketten, ja. Ach man, WT steht da hinten auch noch, ist ja klar. Na, das hat leider nicht funktioniert. Ja, schon wieder daneben. So, mal ein bisschen mehr. Hm, läuft bisher auch noch nicht allzu überraschend fürs Team. Vier Leute da unten. Ja. Vor allem die Bulldogs auf der anderen Seite. Mhm. So, nicht so schön. Alles nix. Einen Vorteil hat das aber, dass ich immer zuerst sterbe. Wir können bei dir noch zugucken. Die Zuschauer sind jetzt immer noch was. Ja, ist dann irgendwie ein paar Notbete. Man kriegt nicht nur meine Sicht, sondern auch noch mal zwischendurch ein bisschen was. Das ist ja durchaus gewollt. Hust, hust. So. Schauen wir mal. Das ist jetzt immer ein bisschen schwierig, weil hier kann man von unterschiedlichen Positionen aufgehen. Deswegen. Schauen wir mal. Dann wird der Block voraus. Dann wird der zweite wahrscheinlich auch da irgendwo sein. Ja, ganz bestimmt. Meinerseits wäre es jetzt schön, wenn man den Brot von hinten erwischen könnte. Da ist noch ein 34er, der wird schwierig. Ich muss jetzt mal den Conqueror hier diese Position übernehmen und stelle mich mal da oben hoch zu dem Jagdpanzer E100. Jedenfalls da in Richtung Lorraine. Ja, da oben geht es schon los. Oh ja, da kommt einiges. Ich bin jetzt in so einer Position, da so ein Magazin leer zu schießen. Das ist wirklich cool. Leider ging der 100er zu. Da hat man auch nicht alle Schüsse getroffen. Der war danach nur bei 800 Lebenspunkten. Da hätte er natürlich weniger stehen können. Jetzt mal sehen, ob man hier, ob ich hier mich in so eine Position stellen kann, wo man einigermaßen spotten kann. Ehrlich, von der Mitte da unten kann ich direkt aufgehen. Ein WC 120 gar nicht schlecht gepanzert. Ja. Aber ich schieße jetzt also auf Ziel auf die Seite. Ich schieße jetzt mal kritische Treffer. War jetzt nichts. Es war quasi ein Magazin mal komplett verschossen. Und zwei Treffer gegendurch oder so? Ja. Das war nicht so doll. So, und jetzt müssen die anderen halt irgendwie, werden die da bestimmt gleich um die Ecke drücken. Wenn die klug sind. Wenn ihr Glück habt, lassen sie sich Zeit. Ja. Habt so viel Angst vor den großen TDs. Ja, eher ein 100. Ja, okay. Schon der erste. Kundschaft. Die Lorraine ist da leider ziemlich sicher durchgekommen. Jetzt müssen wir mal ein Jahrpanzer-R100-Treffer auf die her, damit die ein bisschen eingegrenzt wird. Ja. War ein bisschen. War ein bisschen schlecht, dass die da so gut durchgekommen sind. Ich hab sie leider nur einmal getroffen. Ärgerlich. Vorfahren zum Spotten. Eigentlich nicht notendlich ist hier, aber du. Oh, guck mal, die Lorraine hat kassiert. Na, die Maus wahrscheinlich in der Mitte, die hält sich da ja recht gut gegen die Bulldogs. Die Bulldogs sind gut genug, dass der nicht mehr aufgehen. Zumindest der, der zuletzt bei G-7 war. Halt es einfach mal die Füße still. Ist der aber noch dein Job, da die Gegner aufzudenken? Das ist ja richtig. Ja, genau. Ich bleib absichtlich hier oben stehen. Ich könnte da auch an dem Busch da vorausfahren. Da ist noch so ein kleinerer, aber ich bleib wirklich jetzt hier oben stehen, weil der 120er, der wird mich dann spotten, wenn ich da weiterfahre. Ja, und der 110er und der 162, die ziehen sich irgendwie ein bisschen zurück. Die Lust verloren, wie es aussieht. Ich habe mir Angst vor den bösen TDs und dem fiesen Scout. Ja, aber da haben wir doch eine schöne Ziel. Perfekt. Perfekt. Das geht mir jetzt wirklich gut rein. Oh ja. So, und jetzt laden wir gleich nach. Hatte noch fünf drin, aber gleich nachladen, weil der nächste kommt bestimmt. Pursing, du würdest jetzt wirklich das Feuer auf dich ziehen? Laufende Lebenspunkte. Ja. Naja. Lässt sich zumindest auch rückfallen. Wir könnten jetzt gebeten. Nein. Die Bulldog auf der anderen Seite. Ja, die haben sich tatsächlich ziemlich gut verlagert. Also die beiden sind echt gut. Ja. Ja, tatsächlich haben wir jetzt mal wieder den Ausgleich geschafft. Also obwohl es erst eher recht desaströser aussah. Dann steht es jetzt wieder 8-8. Also Defensive hält sich. Ja. Und die Maus jetzt den Jagd... Ja, die gefällt dem Jagdpanzerieren. Da ist der Jagdpanzerieren. Der ist da komplett reingefahren. Falk, nee, muss hier werden. Unser Jagdpanzerieren hat wird nicht genug Sicht haben. Und der Pursing macht sich daran. Der wird da... Und T960 jetzt auch raus. Jetzt gibt es doch wieder Schade eigentlich. Schade, ja. Auch ein Treffer wahrscheinlich von... Der 20er wahrscheinlich, ja. Der da rüber gucken muss, der... Aber er muss den Gegner als Goldnoop bezeichnen. Klar, weil das ist ja das Wichtige. Hochzugucken war keine dumme Idee. Aber der Gegner ist ein Goldnoop, weil er... Goldnoop, genau. Weil er Gold schießt, ja. Der E100 jetzt mal wirken. Aber der in Jagdpanzer E100 hat auch gut Schaden gemacht. Aber die E7 wird jetzt dann hier unten kommt der Bulldog. Kannst du was mitgeben? Das war auch ein Bulldog von denen. Mhm. Die schießen Heat. Heißt die Lorraine noch? Bulldog ist wieder offen. Aber wahrscheinlich zu weit hinten, oder? Ja, der ist zu weit hinten, ja. Ach, die Lorraine, da habe ich jetzt zwei Schuss drauf gemacht. Und beide sind vorbeigegangen. Oh, und wie unser Pershing Homehold, oh Mann. Das finde ich immer anstrengend. Leute, die andere als Goldnoops bezeichnen, weil sie selbst schlecht gespielt haben. Ich meine, ich habe auch scheiße gespielt, ich brauche deswegen jemanden als Goldnoop bezeichnen. Das lag mal mit meiner eigenen Dummheit. Ja, ganz genau. Der E7 lässt sich auch aufrauchen. Ich verstehe immer nicht, warum die Leute da in die Mitte fahren müssen. Also warum, wenn er da hinten ist, warum er da nicht über die Flanke geht. So, ich fahre mal hier weg, weil die kennen mich. Die wissen, wo ich stehe. Und die, der Bulldog ist nicht dumm. Zum Glück hat es einen der Bulldogs zerlegt. Ja. Der E100, der kann bestimmt, ah, der ist auch fast kaputt. Scheiße. Andererseits ist der E5 und der WZ-Lorraine sind momentan so passiv, da kannst du eher versuchen, den Typ 61 da hinten abzuf frühstücken. Ja. Die Lorraine ist jetzt auch dran. Das ist nicht gut, dass wir die uns die E7 kosten. Mhm. Schade, die hätten wir da noch gebraucht. Ja. Das Gute ist, es wird wahrscheinlich auf den Draw hinauslaufen, weil es sind nur noch drei Minuten. Oh, 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 oh. Nicht gut. Ja schon. Oh, bitter, bitter, bitter. Ja, bitter, bitter, wirklich bitter. Ja, aber du, das war klar, dass der da jetzt kommt. Also, ich hab mich schon gewundert, die, bei der Anfahrt, dass der Lorraine und der 61er so rüberziehen. Ja. Entschuldigung, du bist der Nuke, weil du das jetzt alleine nicht mehr gerettet hast. Das ist doch klar, du hättest das gewinnen müssen, weil du bist ja blau-lila, das war klar. Und du hast es nicht gekannt. Ah, das ist schön. Naja, aber trotzdem, finde ich, eine interessante Runde für den Abschluss. Also, man hat tatsächlich ziemlich gut gesehen, was der Bulldog kann und was er nicht kann. Ja, aber hier hatte ich jetzt einen Vorteil, der hatte keinen Autoloader, der zweite Bulldog. Also, der letzte, den ich gegen gekämpft habe, und da hätte ich es geschafft. Ja, zwar sehr schwer beschädigt, aber guck mal hier, 3400 Damage, mehr muss man sich nicht wünschen. Wobei ich es auch witzig genug finde, dass ich mit 430 Damage und keinem Spotting auf Platz, was ist das, 7 gelandet bin oder so? Oder 8? Das ist eigentlich ein Witz. Der Bulldog kriegt das echt hinterhergeschwissen. Aber naja, ich denke, zum Abschluss noch eine interessante Runde, auch wenn wir die verloren haben. Und damit danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, lasst uns gerne Feedback dazu da, wie ihr so eine Live-Runde mal fandet und euch mal live anhören konntet, was wir so machen. Natürlich an seinen Glückwunsch an die Gegner, die haben da echt gut gespielt, gerade die Bulldogs. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.